Hi, Freunde von YouTube Sports, grüße euch. So, ich hoffe ihr hört mich gut. Ja, jetzt kommen wir zum, ja zu der Verlosung, zur Auflösung für den Gewinner und nicht lange rumfackeln, ihr seid ja zwar alle gespannt, ne? Okay. So, fangen wir mal an. So, wir schauen noch einmal. Los, Trommel, Box. Und, wie ihr schon erkennbar ist, ich schnipp's. So, ich mache alle da rein. So, ich weiß also nicht, was ist. Ist aus, hier schüttelt und gerührt. Und jetzt, Trommelwirbel. So, ich mache mal an, wo ihr nachlässig werdet. So, ich mache mal an, wo ihr nachlässig werdet. Nur, der hat einen dichteren Bart. Ich habe nur so einen Unkraut in der Fratze. So, hier habe ich jetzt einen Zettel. Da steht der Gewinner draus. Ja, freust du dich schon? Ich auch. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Also, wir klappen das jetzt mal auf, das Ganze. So. Und so. Oh. Hahaha. Ja, ja, hier steht er raus. Der Gewinner. So, dann werde ich mal das, damit ihr das gleich lesen könnt. Bisschen entknicken. Tja. Ich hätte mir eigentlich erhofft, äh, jemanden zu ziehen, wo ich denke, ja, dem gönne ich das doch. Oder, ähm, dem gönne ich es nicht. Wie auch immer. Und, äh, so, das hat eine Person getroffen, die ich, äh, so eigentlich so gut, äh, gar keinen Kontakt habe. Ich weiß nicht mal, ob die Person, ob meine Videos guckt oder nur einer verloren teilgenommen hat, um das Rednerwetter zu gewinnen. Äh, aber vielleicht kommt von der Person ja noch ein bisschen mehr was. Aber da die ja wahrscheinlich fleißig guckt, äh, hoffe ich mal. Nichts, ja, keine Kommentare, leider. Aber, hier gibt es jetzt den Gewinner. Trommelwirbel, die zweite. Ich hoffe, das ist kennbar. Ja, wohl, liebe Hidden Rose, du bist der stolze Gewinner, der Samsung VR-Brille. Recht herzlichen Glückwunsch. Ja, das, klar, klein fein, dieses Video für euch jetzt hier, oder? Hidden Rose, Glückwunsch. Ja, das war jetzt die Auflösung von dem 300 Abonnenten-Special. Und, ja, was ihr als nächstes auf Lager habt, weiß ich noch nicht. Aber ich bin schon am überlegen, ob ich jetzt nochmal irgendwann, kurz vor Weihnachten, nochmal so eine kleine Verlosung starten werde. Mä, hab ich auf jeden Fall vor. Und, aber da war es jetzt noch, weiß ich noch nicht. Aber ich werde bestimmt was finden. Und Hidden Rose, please, private Nachricht auf YouTube schreiben. Adresse, Wohnort, ja. In dem Sinne, Glückwunsch, Hidden Rose, für die VR. Ja, so, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Verlosung. Euer Virus, ciao und vau. Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports. Ich grüße euch, euer Virus. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein schönes Kommentar da. Für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben. Und, falls für mehr, dann einfach unten mal den roten Button klicken. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Eure Amal des Wischens. Ciao, bevau.